Ja, herzlich willkommen zu diesem Video und wie du hier bereits siehst, geht es heute wieder um ein sehr spezielles Produkt. Und zwar geht es heute um meine Digimaku Erfahrungen und bei der Digimaku handelt es sich um einen All-in-One Online Business Kurs. Das heißt, das Ziel ist dabei, dass dir, selbst wenn du noch absoluter Anfänger bist, beigebracht wird, wie du ein profitables Online Business aufbaust und dabei wird dir alles gezeigt. Marketing, Nischenfindung, Marktanalyse, alles zu WordPress, E-Mail Marketing, Landing Pages, Search Engine Optimization, Tracking, AdWords, Social Media und so weiter. Das hast du alles im Digimak Kurs für 149 Euro dabei und da schauen wir einfach direkt mal rein. Und bevor ich es vergesse, wenn du dir den Kurs über den Link unter meinem Video sicherst, möchte ich dir noch eine Bonuskiste dazu schenken, damit du hier noch schneller ins Geldverdienen kommst. Und zwar erhältst du von mir den Traffic Booster, der kostet normalerweise 197 Euro, den kannst du dir auf Digistore kaufen um diesen Preis. Den schenke ich dir dazu in der Bonuskiste. Da zeige ich dir einfach meine Facebook Strategien und meine Google AdWords Strategien. Da schauen wir gemeinsam in meinen Facebook Werbeanzeigen Manager, in mein AdWords Konto und ich zeige dir, wie ich Ads schalte, sodass diese profitabel werden. Kostet normalerweise 197 Euro, bekommst du aber kostenlos dazu, wenn du dir den Digimak Kurs über den Link unter meinem Video holst. Zusätzlich bekommst du mein E-Book, die 10 profitabelsten Nischen im Wert von 97 Euro kostenlos dazu und da sparst du dir einfach diese extrem lange Nischenfindung. Du wirst den Digimak Kurs sehen, die Nischenfindung ist eben extrem wichtig und diese kannst du aber mit diesem E-Book überspringen. Das heißt, du brauchst hier einfach nicht so viel Zeit und kannst direkt eine Nische von diesen 10 auswählen. Ich habe hier bereits die 10 profitabelsten Nischen ausgewählt. Ich bin auch nur mehr in diesen Nischen aktiv. Die zahlen sich aktuell einfach am meisten aus. Dann bekommst du dazu die Instagram Traffic Strategie und die ist sehr interessant, denn da zeige ich dir, wie du zusätzlich zu den normalen Trafficquellen wie Facebook Werbung, AdWords und SEO zusätzlich mit Instagram Traffic auf deine Seite bringen kannst und wie das Ganze funktioniert. Kostet normalerweise 47 Euro, bekommst du aber auch kostenlos in der Bonuskiste dazu. Die Fiverr Strategie, in der ich dir zeige, wie du Dienstleistungen anbietest, die du nicht mal selbst durchführst. Das heißt, du suchst diese Dienstleistungen, die du dann über Fiverr anbietest, wieder aus und kannst so Geld verdienen. Kostet normalerweise 97 Euro, bekommst du aber auch kostenlos dazu. Und schlussendlich den Secret Tag, der extrem geil ist. Das ist ein geheime Affiliate Tag mit Videotutorial und geheim deswegen, da er im deutschsprachigen Raum kaum verwendet wird. Also ich kenne aktuell keinen Online-Marketer, der diesen Affiliate Tag in Deutschland verwendet. Den bekommst du dazu, da kann ich dir gar keinen Wert sagen. Für mich ist der extrem viel wert. Du bekommst einfach ein Videotutorial, wie ich das Ganze umsetze und siehst hier Klick für Klick, was du machen musst, um den auch so umzusetzen. Super, dann schauen wir direkt in den Digimarkus weiter. Bevor ich es vergesse, wenn du dir den Kurs sicherst über den Link unter dem Video, dann schick mir einfach eine Mail an bonus-at-bonus-kiste.com oder schreib mir einen Kommentar in den YouTube-Videos, damit ich dir die Bonus-Kiste freischalten kann. Und so sieht es dann direkt im Digimarku-Mitgliederbereich aus. Und hier wirst du direkt begrüßt. Da schauen wir einfach mal gleich rein. Hallo und herzlich willkommen zum Digimarku-Kurs. Schön, dass du mit dabei bist. Bevor wir gleich richtig loslegen, möchte ich mit dir noch einige wichtige Punkte besprechen. Zum einen hast du von uns jetzt zwei E-Mails erhalten. Eine E-Mail mit deinen Zugangsdaten, die hast du ja bereits entdeckt. Und eine zweite E-Mail mit einem Bestätigungslink zu unserem Newsletter. Ich möchte dich doch bitten, diesen auch noch mal zu bestätigen, denn so können wir dir Informationen über neue Kursmodule, über neue Lektionen mitteilen oder nützliche Infos. Oder wenn sich irgendwie mal hier im Kurs etwas ändert, auch etwas rechtliches oder so, können wir dich dann informieren. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, mit coolen Gewinnspielen teilzunehmen. Nico und ich, wir haben das ja schon. Ja, hier werden dir einfach die Basics erklärt, die ersten Schritte, die du durchzuführen hast, wenn du den Digimarkurs dir gesichert hast. Und jetzt schauen wir direkt mal weiter. Es ist ein extrem geil gestalteter Mitgliederbereich. Du siehst hier, du hast hier in insgesamt 13 Modulen alles, was du brauchst, um im Online-Marketing zu starten. Und dabei ist es nicht so, wie bei vielen anderen Online-Kursen, die ich schon getestet habe, dass hier nur auf einzelne Themen eingegangen wird, sondern du hast hier quasi ein All-in-One-Gesamtpaket, wo du alles dabei hast. Von den Grundlagen bis zum erfolgreichen Verkauf, Produktestellung, das ist alles dabei im Digimarkurs. Da schauen wir einfach direkt mal ins erste Modul rein. Und das Video schauen wir uns einfach gleich kurz an, damit du einen Eindruck bekommst. Hallo, lass uns doch als allererstes mal über große Fehler im Online-Marketing sprechen. Das sind oftmals Dinge, die falsch gemacht werden, die auch ich falsch gemacht habe. Und deswegen wollen wir jetzt darüber reden, damit das dir nicht passiert. Und ja, ich habe jetzt hier mal drei Fehler im Online-Marketing mitgebracht. Und Fehler Nummer eins, der sehr häufig gemacht wird, ist die Zielgruppenanalyse. Die Zielgruppenanalyse, entweder sie wird gar nicht gemacht oder unzureichend. Und das ist natürlich ein großes Problem. Denn stell dir mal vor, du hast eine geniale Idee, eine Produktidee oder eine Dienstleistung und steckst da sehr viel Arbeit rein, aber am Ende sucht keiner danach. Das heißt, die ganze Arbeit wäre dann umsonst. Oder deine Zielgruppe, die du ansprechen möchtest, du löst vielleicht mit deiner Idee überhaupt nicht deren Problem. Weil du dich vielleicht nicht damit beschäftigt hast, was überhaupt die Sorgen deiner Zielgruppen sind. Ja, den Rest siehst du dann direkt im Kurs. Dann geht es eben weiter mit den drei größten Märkten im Online-Marketing. Drei Tools für ein erfolgreiches Online-Business und die Erfolgsformel. Das war Modul 1, hier geht es eben wie gesagt um die Grundlagen. Dann Modul 2, hier dreht sich alles um die Nischenfindung, die ich dir eben mit den zehn profitabelsten Nischen im Internet auch abnehmen kann, wenn du dir den Kurs über den Link unter meinem Video sicherst. Und zwar hier die Definition einer Nische, was muss eine Nische mitbringen, wie finde ich eine Nische und extrem interessant, frage das Publikum, wie du hier auch vorher schon Umfragen erstellen kannst und schauen kannst, was deine Zielgruppe wirklich interessiert, damit du auch wirklich in einer Nische bist, die hoch profitabel ist. Denn sonst zahlt sich das alles nicht aus. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, die Nischenfindung. Zielgruppen und Marktanalyse in Modul 3 und hier gibt es wieder mehr Videos. Und zwar lernst du hier dein Suchvolumen zu bestimmen, Alternativen, wie das noch geht, den Trend erkennen, Konkurrenzanalyse mit Clickbank und Digistore24 ist ja extrem geil in unserer heutigen Zeit. Wir können quasi alles, ja das Internet legt ja alles offen, das heißt du siehst ja bereits, was perfekt verkauft wird und musst dies nur richtig erkennen und modellieren. Welche Inhalte kommen gut an? Welche Fragen gibt es zu deinem Thema? Den Kunden-Avatar anlegen? Dein Alleinstellungsmerkmal, dein USP, deine Unique Selling Proposition finden? Umfrage erstellen? Bringe deine Online-Umfrage an, deine Zielgruppe? Und die Umfrageergebnisse natürlich anschließend auswerten, um dann das perfekte Produkt zu erstellen. Da kannst du dann die Headline und alles genau darauf anpassen. So, abbrechen. Dann geht es hier im Modul 4 um WordPress. Und alleine das ist extrem geil. Du hast hier einen kompletten WordPress-Kurs. Andere Online-Marketer verkaufen einen WordPress-Kurs alleine um diesen Preis, was Digimaku hier kostet. Du siehst hier, es sind alleine 29 Videos, wie du WordPress optimal verwendest und bedienst. Webposter wählen und deine Domain festlegen. WordPress auf der Seite installieren. Auftragsdaten, Verarbeitungsvertrag mit Webposter abschließen. Auch extrem geil. Hier wird auf die Datenschutz-Grundverordnung eingegangen. Wird nicht bei allen Kursen so gemacht. Hier hast du aber direkt durch die Aktualität des Digimaku-Kurses alles DSGVO-konform. Und kannst das genauso umsetzen und musst dann nicht nochmal deine Webseite ändern und so weiter. WordPress und wichtige Einstellungen kennenlernen. Das SSL-Zertifikat. Wie stellst du auf HTTPS um und warum solltest du das machen? Google erkennt das ja und rankt dich somit auch höher, wenn du ein SSL-Zertifikat auf deiner Webseite hast. Dann eine seriöse E-Mail-Adresse anlegen. Beiträge erstellen und planen. Kategorien und Schlagwörter. Seiten anlegen. Die Mediathek. Bilder und Galerien integrieren. Und so weiter. Das heißt, hier wird wirklich auf jede einzelne WordPress-Funktion, im Menü zumindest, eingegangen. Und dir erklärt, was du damit machen kannst. Wir können hier mal einfach zum Beispiel in so ein Video reinsehen, damit du weißt, was ich hier meine. In diesem Video möchte ich mit dir über die Kommentare sprechen. Du siehst hier auf der linken Seite gibt es den Punkt Kommentare. Und diese rote 1 bedeutet, dass ein Kommentar in der Warteschlange ist und auf Genehmigung wartet. Ich klicke das mal an. Hier sieht man diesen rot hinterlegten Kommentar. Den hat jemand geschrieben und ich muss das jetzt immer noch mal manuell bestätigen, damit der Kommentar dann auch auf der Seite sichtbar ist. Das ist eine Sicherheitsfunktion, die ich auch empfehlen würde, dass man die so belässt. Wenn man das genehmigen möchte, dann kann man hier einfach auf Genehmigen klicken. Und schon ist dann der Kommentar freigeschaltet und auf der entsprechenden Seite kann man sich den dann anschauen. Genau, das heißt, du siehst hier bereits, dass für jede kleine Funktion wirklich ein genaues Video gemacht wird. Das heißt, selbst wenn du noch komplett am Anfang stehst, lernst du im DigiMA-Kurs wirklich das genau umzusetzen. Und du brauchst dir hier keine Sorgen machen, dass du hier nicht an die Hand genommen wirst, denn das wird dir alles Schritt für Schritt erklärt. Customizer, Menü anlegen, Plugins installieren, alles dabei. Dann, was ich extrem geil finde, hier werden dir gleich verschiedene WordPress Themes vorgestellt, die du nehmen kannst, um deine Webseite perfekt zu gestalten. Und das ist nicht hier irgendein Standard-Page-Builder, den du verwendest, sondern echt schöne Themes wie das Avada-Theme und so weiter, die du hier nutzen kannst und die auch verwendet worden sind, um die Webseite des DigiMA-Kurses zu erstellen. Dann geht es im Modul 5 ums E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing, nicht umsonst heißt es, das Geld liegt in der Liste und das wird dir eben hier perfekt erklärt. Du lernst, wie du dir einen Account erstellst, in dem Fall über Mailchimp und quasi so über dein Backend dann im E-Mail-Marketing Affiliate-Produkte oder deine eigenen Produkte verkaufst. Wie du eine Liste anlegst, wie du die wichtigen Einstellungen vornimmst, wie du verschiedene Gruppen, Segmente und so weiter anlegst, wie du zum Beispiel dafür sorgst, dass deine E-Mails höhere Öffnungsraten haben und du somit mehr verdienst. Hier Tipps für bessere Öffnungs- und Klickraten und die zeitliche Verknappung mit Countdowns erschaffen. Also hier auch wieder alles dabei, alleine aus diesem Modul könnte man auch wieder einen eigenen Kurs machen. Modul 6, Landing- und Squeeze-Pages. Die Landing-Pages sind dir extrem wichtig, das ist die Seite, wie der Name bereits sagt, wo der User darauf landet. Wenn du eine Werbeanzeige schaltest, dann schaltest du diese auf die Landing-Page und die Landing-Page soll dafür sorgen, dass er deinen Besucher in einen zahlenden Kunden verwandelt. Und da erklärt dir eben, wird im Digi-Ma-Q-Kurs erklärt, welche Arten von Landing-Pages es gibt, wie du die optimal aufbaust und wie du die auch verkaufspsychologisch so designst, dass sie auch konvertiert. Extrem wichtig. Gut, dann Suchmaschinen-Optimierung. Auch extrem geil. Da geht es eben darum, wie der Name bereits sagt, dass du deine Seite für die Suchmaschinen optimierst. Wie du dafür sorgen kannst, dass du Webseiten-Traffic bekommst durch Suchbegriffe und zwar nicht durch bezahlte Werbeanzeigen, sondern durch organisches Ranking. Das heißt, dass du bei Google einfach weiter oben stehst und somit dafür sorgst, dass dadurch User kostenlos auf deine Webseite kommen. Da wird dir hier eben erklärt, da gibt es bestimmte Sachen zu beachten, die du SEO-mäßig beachten solltest. Und das wird dir hier alles erklärt, also von der URL-Struktur, Keyword-Dichte, Videos auf der Seite, die perfekten Ladezeiten, On-Page-Optimierung, Off-Page-Optimierung. Hört sich jetzt alles kompliziert an, ist aber ganz einfach, da ist hier, wie du hier bereits siehst, alles Schritt für Schritt runtergebrochen wird. Und du einfach auf ein Video klicken kannst, das Ganze daneben direkt mitmachen kannst und das somit gleich umsetzen kannst. Du machst das einfach Schritt für Schritt, Klick für Klick nach, so wie es im Kurs erklärt wird. Dann Modul 8, Tracking und Analyse, wie der Name bereits sagt. Wie kannst du deine Besucher perfekt tracken, damit du weißt, wer war auf deiner Seite und so weiter. Mit dem Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Manager und so weiter, also Facebook Pixel. Einrichtung eines Google Kontos, Einrichtung des Google Tag Managers, Google Search Konsole. Und wie nutzt du das Ganze effizient. Modul 9, Google AdWords, da wird es jetzt richtig interessant. Da lernst du dann eben, wie du bezahlte Werbungen schaltest. Und da bekommst du eben zusätzlich von mir auch den Traffic Booster dazu. Den gibt es bei Digistore normalerweise um 197 Euro. Der geht nochmal tiefer rein. Das heißt, du hast hier den Google AdWords Kurs von Digimarku dabei. Und zusätzlich, wenn du dir den Kurs über den Link unter meinem Video sicherst, den Traffic Booster Kurs dazu, der dir nochmal die perfekten Facebook Strategien und Google AdWords Strategien zeigt. Das heißt, du kannst hier dann optimal Werbung schalten. Das ist genau das, was eine Agentur machen würde, wenn du sie beauftragst. Nur, dass du das hier alles dann selber lernst und selber perfekt umzusetzen weißt. Werbezeitplaner, Conversion Tracking, Berichte zur Optimierung nutzen, die Anzeigenrelevanz, warum diese so extrem wichtig ist. Und hier, nicht verzagen, Google Fragen, extrem wichtig. Es ist, jede Info ist mittlerweile online verfügbar. Das heißt, du brauchst keine Experten dafür. Du hast in unserer Informationsgesellschaft alles verfügbar. Du kannst Google fragen, wenn du irgendwas brauchst. Und hast das eben hier schön strukturiert aufgelistet. Modul 10, Social Media Marketing. Marketing, wie machst du das? Und da geht es eben jetzt darum, Facebook Werbeanzeigen, Instagram Werbung. Bekommst du auch von mir dazu eine Instagram Traffic Strategie, eine direkte, die du gleich umsetzen kannst, um noch mehr Traffic auf deine Seite zu bekommen. Und hier wird dir das auch nochmal erklärt. Facebook Pixel, wie schaltest du eine Werbeanzeige? Wie erstellst du deine Werbekonten? Selbst wenn du noch kein Facebook Konto hast, wie erstellst du ein Facebook Konto überhaupt? Und so weiter. Dann Modul 11, Mitgliederbereich erstellen. Fast jeder erfolgreiche Online Marketer hat einen Mitgliederbereich. Da wird eben hier anhand von Digi-Member der Mitgliederbereich empfohlen. Ich selbst verwende Digi-Member nicht. Ich verwende Member Wunder. Ist ein noch einfacheres Tool, das meiner Meinung nach noch besser ist. Da wird eben hier auch erklärt. Login-Seite, Modul-Seite und so weiter. Das bleibt natürlich dann dir überlassen, was du dann hier als Mitgliederbereich verwendest. Ja, und Modul 13, die DSGVO. Finde ich extrem geil, dass das hier zusätzlich dazu gepackt wurde. Das heißt, du hast hier direkt alles, was du für die DSGVO brauchst. Und wenn du dir jetzt einen anderen Online-Marketing-Kurs kaufen würdest und so ein DSGVO-Modul nicht dabei hast, dann müsstest du dir wahrscheinlich einen Anwalt konsultieren, damit der das Ganze für dich optimal aufsetzt und deine Webseite DSGVO-Konform gestaltet. Und das sparst du dir hier eben komplett, da du hier eine komplette DSGVO-Vorlagen und eine komplette DSGVO-Schulung bekommst, damit du direkt von Anfang an alles DSGVO-konform aufsetzt, um so hohe Vertragsstrafen und so weiter zu verhindern. Ja, wie gesagt, du kannst dir den Digimaku-Kurs, der extrem umfangreich ist, also alleine diesen ganzen Module haben eine Länge von sicher, ich denke 40 Stunden so in dem Bereich, kannst du dir über den Link unter meinem Video holen und bekommst zusätzlich in der Bonus-Kiste dazu den Secret-Tag, die Fiverr-Strategie, die Instagram-Traffic-Strategie, das E-Book, die 10 profitabelsten Nischen im Internet, womit du dir die Nischenfindung nochmal extrem erleichterst und somit dafür sorgst, dass du gleich am Anfang in einer hochkonvertierenden Nische drinnen bist und den Videokurs, den Traffic-Booster im Wert von 197 Euro, was natürlich hier das absolute Highlight ist, dass du hier mir direkt über die Schulter schauen kannst, wie Facebook-Werbeanzeigen und Google-AdWords-Anzeigen richtig geschaltet werden, damit die auch richtig konvertieren und ja, sichere dir dazu einfach den Digimaku-Kurs über den Link unter meinem Video und schick mir eine E-Mail an bonus-at-bonus-kiste.com oder schreib mir in die YouTube-Kommentare, dass du dir den Kurs geholt hast und ich schalte dir die komplette Bonus-Kiste direkt frei. Super, danke, ciao!